Jo Leute und Helz, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr schon seht, ist im Hintergrund ein Screenshot von Whatsapp. Und weil ich den Trend auf YouTube mithalten möchte, gibt es nun den Whatsapp-Frank-Challenge-whatever. Viel Spaß! Welche Tapete? In Beinzimmern. Hey, was ist los, Bibi? Bibi, ich mach mich gerade so, ich hab euch irgendwas falsch gemacht. Bibi, ich blick gerade echt nicht mehr durch. Warum fliegen Funken vor dem Fenster? Was ist los? Hab Zeit, aber kann nur schreien. Ich wollte raus aus meiner alten Gegend. Das heißt? Hab alles ausgetauscht. Geht's dir besser dadurch? Und jetzt ein anderes Leben. Saß ich fest, doch auch hier kann mich nichts halten. Warum? Was ist los? Alles beim Alten. Was willst du verändern? Die Aussicht hier sah besser aus von Weitem. Ja, du hast Zukunftsängste, oder? Ich hab gesucht, doch schon wieder nach dem Falschen. Alles beim Alten. Kev, was suchst du gerade mit dem Song texten? Brauchst du einen Mensch, der an dich glaubt? Hä? Wie kommst du denn nun da drauf? Der dich hält und dir vertraut? So, jemanden kann man doch immer gebrauchen, oder? Der deinen Worten Glauben schenkt. Ja, Mann. Ich in deine Richtung lenkt. Ja? Brauchst du einen Blick, der dir Hoffnung gibt? Der dir sagt, dass es weitergeht. Schon, joa. Dass hinterm Ende jemand steht. Und ich komm sehen. Das ist schon nice, auf jeden Fall. Apropos nice. Gönnt euch mein nice Merch aus meinem Shop. Was tut dir gut? Wo gehörst du hin? Weiß nicht. Weißt du, wo deine Wege sind? Kein, was geht bei dir? Nein, weiß ich nicht. Kannst du dich finden, so wie ein Kind? Das nicht sucht, sondern beginnt. Nee, xD. Was tut dir gut? Wo gehörst du hin? Brauchst du ein Zeichen? Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ein kleines Licht. Vielleicht einen Freund, der mit dir spricht. Ich weiß nicht, bezweifle es. Moving like the speed of sound.